Ich bin hier empfangen worden mit einer Freundlichkeit und Offenheit und einer positiven Ausstrahlung, die mir so viel Unterstützung und Hilfe gegeben hat, dass ich, ja, also ich hatte nicht geglaubt, dass es mir heute, auch gerade heute, nach Abschluss der Endarbeiten so glücklich sein kann und so offen und vor eine Kamera trete. Ich habe Ihnen das noch das letzte Mal gesagt, nein, ich werde wahrscheinlich nie wieder vor eine Kamera treten können und heute ist es für mich die Befreiung. Also ich fühle, dass das heute auch der zweite Tag meines neuen Lebens ist.